Multi-resistente Keime, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Sie sind irregefährlich. Alleine 670.000 Menschen in Europa erkranken jährlich an Infektionen durch diese multi-resistenten Keime. Und das Problem ist, kein Antibiotikum kommt dagegen an. Wie kommen wir raus aus dieser Antibiotika-Krise? Diskutiert mit am 6. November in der Bundeskunsthalle Bonn bei unserer Talk-Reihe Science On. Tickets gibt es über die Bundeskunsthalle Bonn oder aber über Bonn Ticket. Wir freuen uns auf euch!